Der hat von da hinten eine Pulli gemacht. Frühjahresanfang, die müssen noch was gut machen. Das ist doch nicht schön! In der Hand ihrer Tasche vielleicht, ja. Das war eine Polizei, die hier machen, aber die haben sie nicht gekriegt. Hallo, Presse. Nein, auch polizeiliche Maßnahmen haben sie nicht zu filmen. Ich nehme das auf, ja. Natürlich habe ich das. Nein, polizeiliche Maßnahmen haben sie nicht zu filmen. Es gibt eine Pressefreiheit. Es gibt zu Pressefreiheit nicht anfassen. Und es gibt es immer noch. Ich nehme alles auf, ja? Ich nehme es auf. Ja, das können Sie gerne machen. Gut. Polizeiliche Maßnahmen haben Sie nicht aus, nein, nicht aus dieser Nähe. Das können Sie von hier machen, aber nicht so aus der Nähe. Es gibt in Deutschland eine Pressefreiheit. Nicht so, dass das gesprochene Wort gehört werden kann. Es gibt in Deutschland. Nicht, dass das gesprochene Wort gehört werden kann. Ist es ein gesprochenes Wort gehört worden? Nochmal hier bleiben. Bleiben Sie hier stehen. Sie können ja von hier aus filmen. Sie haben es doch gerade gehört, oder? Pressefreiheit. Ja. Wo ist der Einsatzleiter? Holen Sie bitte den Einsatzleiter her. Holen Sie bitte den Einsatzleiter her. Sie können ja auch gerne. Holen Sie bitte den Einsatzleiter her. Sie brauchen ja nicht über Ihre Weisung handeln. Sie stellen sich jetzt hier ein Stück weiter weg. Machen hier keine Faxen. Und dann ist gut. Sie können von weitem filmen. Und fertig. Wir holen hier niemanden. Und bloß, weil Sie einen Presseausweis haben, brauchen Sie nicht an Ihrer Pfeife tanzen. Haben Sie es soweit verstanden? Danke. Also wollen Sie es nicht verstehen, oder? Ich werde ja wohl zum Sicherheitsdienst hier gehen dürfen, oder nicht? Ich dachte, Sie wollten schon wieder da hin. Das dürfen Sie aber auch nicht. Moment. Ich filme an Sie vorbei. Gehen Sie bitte jetzt mir aus meiner Arbeit aus dem Weg. Danke. 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 Hängt euch doch mal zusammen da, Junge! So weiter, jetzt in die Richtung! In die Richtung bitte! In die Richtung! In der Hand, in der Tasche vielleicht, ja. Komm, wir machen jetzt so viele Höhe hier! EC-Karte kann ich noch anbieten. Meiner von letztes Jahr. Sie auch in die Richtung! Was? Nee, nee, nee! Sie sind in der polizeilichen Maßnahme! Sie können von da aus filmen! Ist mir egal! Wir gehen hier nicht in den Sicherheitsvorderen! Das geht auf der Presse! Nein, ich bin von der Presse! Ich bin... Nee, dann müsst ihr mich jetzt in Gewahrsam nehmen! Jetzt machen wir's ganz einfach! Es gibt ein Pressegesetz... Nein, es gibt ein... Nein, es gibt ein Pressegesetz, dass mich auch hier drinnen zu filmen... Was? 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 Wie, denn ihr Fresse Alter! Oder wer ihr militär oder was? Ihr werdet von uns bezahlen! Mit Corona!